Pronto! Ciao, meine Freunde! Schön, dass ihr alle dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt zum Hütchenspiel mit der Hellmaschine. Ihr wisst, für die Musiker sind die Zeiten schwer. Wir haben versucht, wir haben die Kochshow gemacht, wir haben die Verkaufsshow gemacht. Ich habe versucht, auf der Straße Musik zu machen und heute will ich jemanden von euch haben, der mit mir spielt. Dann hören wir mal, wer ist denn in der Leitung? Ja, ja, hallo! Wen habe ich denn heute da? Der Erhard. Ah, der Erhard. Der Erhard? Ja. Erhard, wo kommst du her? Aus Düsseldorf. Aus Düsseldorf. Schön, Erhard. Ja. Dann lass uns loslegen. Bist du bereit? Ja. Du siehst hier, hier sind die drei Hütchen und wir brauchen noch eine Kugel aus dem Adventskalender von der Hellmaschine. Pass gut auf. Konzentrier dich, gleich wird es losgehen. Und du musst aufpassen, dass du nicht verlierst, wo die Kugel ist. Ich werde mit rasanten Bewegungen schnell alles bewegen und dann gucken wir mal, wer hier in die Röhrer schaut. Ich glaube, jetzt habe ich selber vergessen, wo die Kugel ist. So eine Mist. So, Erhard, weißt du, wo ist sie? Ja. Ist sie hier? Ist sie in der Mitte? Ja. Oder ist sie hier? Äh, was denkst du? Moment. In der Mitte? Ja. Ja. Bist du sicher? Ja. Ist in der Mitte. Du bleibst bei der Mitte? Ja. Okay. Sehen wir nach. Ja. Oh, Erhard, da hast du beide heute Pesche gehabt, ja? Ich gehe nach Hause. Schöne Grüße. Frohes Fest!